Hi, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zum Kein-Minecraft-Let's-Play mit mir, ich bin Penetica und dabei sind noch hier der Anaholic als Trekinator. Moin, moin. Und der Dargummi. Hallöchen. Ja. Und der Wasserfall. Und der Garten. Und die Zombies, ich hör sie doch. Und hier noch die Reste der Nacht. Oh Gott, ein Creeper. Creeper. Wo? Direkt vor dir. Also jetzt hinter dir. Oh nee, mach den weg. Nein, der soll mir hier nicht meinen schönen neuen Tag. Jetzt muss ich noch vom Wasser weg. Hier Richtung Berg. Hat jemand nicht einen Pfeil und Bogen? Ach so, ja, warte. Hat jemand nicht Pfeil und Bogen? Jemand hat Pfeil und Bogen jetzt parat und, äh. Ja, ich geh noch zu mir, schon klar, danke. Hat sich das erledigt? Wofür dazu? Ja. Gut, dass das funktioniert im Notfall. Gut, dass das, ja. Mit Pfeil und Bogen und so hab ich's voll drauf. So. Ähm. Ja, ich wollte hier, wir waren hier am, äh, äh, äh. Sollen wir hier mit den Feldern schon anfangen? Direkt hinter der Brücke? Oder so ein bisschen vielleicht ab hier? Oder sieht das doof aus? Kann man auch. Hier würden drei Felder sogar gehen, dann würdest du nämlich genau bis hier zum Fluss ran. Das meinte ich. Von oben. Und hier sind ja auch nochmal drei Felder. Dann hast du hier noch ein bisschen bis hier Grünfläche. Mhm. Hier nochmal Felder. Wo jetzt Felder? Hier? Hier bis zum Fluss ran. Jetzt ist es zum Weg, sozusagen, ist der Fluss. Und dann hier daneben, hier daneben dann auch, oder? Ab. Hier dann. Mit der Flusskrümmung. Warte, bin gleich da. Ja, ja. Was? Ja, aber wollen wir hier nicht so ein bisschen einen Einerweg mit Kies längs schieben? Ja, würde ich auch gerne noch einen Weg machen. Mach doch nur zwei, oder wir rücken das Ganze noch einmal nach hinten. Können wir auch machen. Was? Die ganze Wand. Den Berg. Den Berg noch eins nach hinten rücken? Ja, dann könnten wir drei Felder und trotzdem noch einen Weg daneben dran. Ja, aber den Weg kannst du ja dann nur ganz rechts machen, das ist auch blöd. Das stimmt. Willst du ihn lieber am Wasser haben, oder was? Ja, aber wenn wir ihn hier machen, geht er an den Feldern vorbei und an den Feldern. Also, hier, oder was? Machen wir da hinten einfach keine Felder. Na doch, zwei kannst du ja hier noch machen. Achso, du wolltest nur einen. Okay, ja. Gut. Passt. Gut, aber ich habe eh nur noch drei Kies, also so viel Weg geht eh nicht mehr. Na, da müssen wir halt nochmal Kies holen. Kies gibt es ja dann doch eher wie Sand am Meer auch. Ja, wo habt ihr denn letztes Mal eure Kieshöhle gehabt? Das war zu weit jetzt, ne? Na, direkt hier gegenüber war sie letztes Mal, aber... Ne, im Keller unten gab es auch noch Kies. Das habe ich schon abgebaut. Das heißt, wir müssen hier da drüben in den Bergen, hat es immer mal wieder ein bisschen... Warte mal, jetzt habe ich doch Scheiße gebaut. Ich bin ja blöd. Ich sage selber noch, da soll es hin. Achso, ja, so war das die ursprüngliche Idee von mir. Hier war das, wo ihr wart, ne? Alter, ihr habt das hier ja alles ausgehöhlt. Ja, doch, doch. Das ist alles mit Erde aufgefüllt gewesen, der Rest dann. Achso, okay. Da dürfte, in dem Loch dürfte kein oder nicht mehr viel sein. Hier ist auch nichts mehr. Ich suche gerade, wo überhaupt noch Kies hier ist. Und, naja, in den Bergen hat es immer mal wieder, aber die Frage ist, ob du da hochkommst. Ich gehe mal auf Wanderschaft. Alles klar. Da fülle ich meinen großen Wunsch meiner Zuschauer, dass ich auch mal irgendwo hingehe. Achso, ich habe hier noch eine. So. Und scharf. Gehst du jetzt weg hier, oder was? Ja, ich gehe mal. Ich habe Kies gefunden. Anno hat Kies gefunden. Anno, kann ich weggehen? Wieso nicht? Achso, das ist ja eine Spitzhacke. Also, wir fühlen uns unsicher, wenn du weggehst. Total. Wieso das denn? Wir sind nicht gerne allein. Ach. Aber mich ständig allein lassen, wenn ich irgendwo auf Reisen gehe. Es ist es gewohnt, dass du hier bist. Es ist nicht so lustig, wenn du nicht da bist. Ja. Du hast die Karte vergessen. Die Karte? Die Karte Nummer zwei. Ja. Was? Ich kann nicht gerade nicht folgen, Madame. Komm. Wir haben überhaupt keine Dinger mehr. Welche Dinger denn? Die Dinger. Was denn für Dinger? Ich bin verloren ohne den Anno. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm zurück. Ich hole noch diesen Kies, der hier drin ist. Hey, komm sofort. Komm. Leute, ich bin gerade mal da, wo das alte Feld ist. Jetzt riecht doch mal ab. Aber wir sehen dich gerade nicht. Ja, wir sind das nicht gewohnt. Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht gewohnt, von euch so nett behandelt zu werden. Das macht mir mehr Angst. Wer seid mir? Wo habt ihr die Richtigen? Bin ich den Kontakt um mich gelassen? Hast du jetzt eigentlich schon Sachen zum Anpflanzen genommen? Achso, Anno. Bring mal Zucker mit. Boah, ich bin gerade im Haus. Nee, geh mal wieder weg. Geh mal weg und holen Zucker. Ja, so kenne ich euch. So kenne ich euch. Ja, wir dürfen ja nicht die ganze... Wenn wir zu nett sind, ist ja auch schlecht. Wir dürfen es ja nicht übertreiben. Zu nett ist auch schlecht. Achso, das ist jetzt auch scheiße, ne? Achso, Kies. Hast du jetzt Kies? Ja. Ja, dann mach mal hier hin. Wo darfst du denn rein? Bring mal endlich. Alles gut. Wo darfst du denn rein? Hä? Ja. Und so gerade vor. Und hier dann. Achso, halt. Hier oder was? Ding. Geht mir nicht zu? So. Und hier, da wo ich aus Versehen hier schon gedingst hab. Genau. Wo du gedingst hast? Wo gedingst? Wo ich hier so aus Versehen gedingst hab, ja. So. Da ist noch die Frage, was machen wir wohin? Sehr gute Frage. Ich hab schon... Was machst du da? Ja, willst du nichts rüber haben? Nein, hinten rüber. Gerade durchs. Und dann hinten. Okay. Entschuldigung. Hier musst du eins hinmachen, dann geht's hier durch. Wo geht's dann eigentlich hin? Unser Wegsystem hat hier eine Lücke dann. Dann direkt hier runter. Mach da mal genau. Das ist eine sehr gute Frage, wo es dann hingehen soll. Nicht hier, wo noch mal eine Brücke und so, oder? Ja, können wir machen. Willst du unten noch mal eine Brücke machen? Dann... Ach ja, genau. Dann machen wir hier einfach an dem Weg. Darüber Richtung, äh, genau. Guck mal, ganz spontan und super schnell entschieden. Das ist... Wenn wir nicht diskutieren, klappt's irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Oh. So, soll ich hier schon mal Weizen anpflanzen, liebe Penedika? Mein Garten! Nein, mach nur. Oh Gott. Ich hab halt gedacht, dass es in der Zeit, wo wir noch weiterbauen, vielleicht auch schon wächst. Mach nur. So, ich bin nochmal auf Wanderschaft, weil ich hab keinen Kies mehr. Kannst du nicht wieder gehen. Hast du hier alle Samen geklaut? In den Kisten ist noch relativ viel. Da hab ich zwischendurch auch mal irgendwas reingetan. Aber frag mich nicht, was es ist. Das könnte jetzt Kakao, das könnte Brot, das... Ja, die Kakaogonen. Brotsam klingt nur für Weizensamen. Ich hab jetzt 62 Dinge mitgenommen gehabt. Und da müssen aber noch 64 sein. Ja, aber die Kürbis. Die hab ich. Die Übis hab ich. Die hast du. Die Übis. Ich hab da nämlich ein ganz gutes System, um die anzupflanzen. Okay, okay. So. Da haben wir aber auch nur noch sechse, ne? Ja, aber wir haben noch vier Kürbisse. Das heißt, das wären nochmal 24. Wieso kann ich die denn hier nicht hinmachen? Oder sind die da jetzt schon? Ach, die sind da schon. Ich hab grad was bei Skype gekriegt. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Ich auch. Ups. War das vielleicht... Ich hab euch nicht aufgeschäftigt gesetzt. Nein. Ihr Pros, ihr. Ja, voll Pros. Fast. Ja. Oh, ich bin in einer dunklen Höhle. Hier fehlt ein Kies. Ach, da fehlt noch viel Kies. Ach, du bist schon on Alicia heran. Ja. Oh Gott, das ist dunkel, ey. Warte mal, ich mach euch mal Licht, ihr lieben Zuschauer, die bei mir zugucken. Wah! Scheiße! Oh nein, sei nicht gestorben. Da war er wieder. Der Anno-Schrei. Der Anno-Schrei. Niemand schreit so wie ein Mädchen, so wie Anno. Murmel. Nein! Du wolltest es noch mal bestätigen? Noch mal zu demonstrieren? Nein! Nein! Was machst du denn? Kann ich dir irgendwie helfen, oder? Oh Gott, jetzt. Hast du mich nie wieder allein auf Wanderschaft? Geh nie wieder. Siehst du, warum wir immer ohne dich gegangen sind, um dich nicht zu gefährden? Ja, nur um dir zu helfen. Danke. Oh, Alter. Ich hab grad, ich war grad, oh, ich hab einen Huhn gespawnt. Du hast einen Huhn gespawnt? Du hast einen Huhn gespawnt? Ich frag lieber, ich hab einen Huhn gelegt. Nein, also ich war in einer Höhle, hab Kies gesucht, die Höhle war so dunkel, dass ich eine Fackel gesetzt hab und ich hab die Fackel gesetzt und direkt face to face hat mich ein Creeper angeguckt. Moin. Ich bin umgedreht, weggerannt, hab gedacht, okay, jetzt bin ich hin los, hab nochmal zurückgeguckt, er war weit hinter mir, hat mich wieder umgedreht, wollte zu euch zurückrennen, stand wieder ein anderer Creeper vor mir. Die Sau. Die Sau, aber echt. Der dann aber auch direkt vor mir sein zeitliches gesegnet hat, also sich selbst und so. Ist es nicht schön. Sag mal, Darko. Benedika. Hast du die Kartoffeln da raus? Ja. Wo sind die? Angepflanzt. Sehr gut. Oder hättest du was anderes mit denen vorgehabt? Hier dieses... Nein, ah ja, hier. Also die heutige Kiesjagd hat übrigens nicht so viel ergeben. Ich muss gleich nochmal los. Wohin mach ich denn den Zucker? Der Zucker muss ja direkt am Wasser stehen, ne? Ja, der braucht auch kein... Braucht der nicht auch Sand? Ich weiß es nicht. Nee. Der braucht nur ein flaches Feld, der braucht kein Feld. Der braucht ein normales Feld, also normale Ums. Nicht gepflügt. Nicht gepflügt, genau. Der könnte zum Beispiel hier hin. Zum Beispiel, ja genau, ist auch ein guter Fleck. Hier da. Aber da brauchen wir erstmal wieder Zucker. Aber nicht jetzt, jetzt gehen wir schlafen. Weil es wird dunkel und bevor die ganzen Arschis wieder hier aufkreuzen, würde ich sagen, gehen wir mal... Heia, pup, heia! Und so. Anno, spezielle Freunde wiederkommen. Ich liege im Bett. Gute Nacht. Äh, ich auch. Ich bin nicht gestorben jetzt. Das ist schon die dritte Folge, in der ich nicht gestorben bin. Ich bin nur einmal gestorben, in drei Monaten. Yay. Ich bin noch gar nicht gestorben. Ja, ich auch nicht. Also in diesen Aufnahmen seit heute und so. Ja, ja, ich auch nicht. Voll gut, Alter. So. Anokisiak, die dritte. Brauch noch ein Schwert und dann gehe ich mal Dingsbums suchen. Dingsbums? Ach, jetzt sind ja noch Schwerter, ich Idiot. Hallo, Huhn. Wie nennen wir das kleine Babyhuhn? Das hat so einen großen Schädel. Es gibt einen Babyhuhn? Ja, ich habe hier eins ges... Ich habe hier einen Babyhuhn geworfen. Du hast eins geworfen. Ach, jetzt verstehe ich. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendwas Unzüchtiges. Nein, ich habe ein Ei geworfen und raus ist ein Babyhuhn geschlüpft. Das ist hier direkt bei der Brücke. Das mag meine Brücke. Das erste Lebewesen in dieser Welt, das meine Brücke mag. Das stimmt ja so richtig. Da hast du keine Kommentare gelesen. Da gibt es noch andere. In dieser Welt. Ach, in dieser Welt. Wie dieser Minecraft wäre. Ach, in interessiert denn diese... Ich habe übrigens mir mal überlegt, ob wir das irgendwie mal... Wenn wir jetzt schon so ein bisschen mit... Bist du sicher, dass du alleine losgehen willst? Mal nochmal anders. Ich bin schon alleine los. Ja, ich habe dich gerade weglaufen sehen, deshalb frage ich nochmal. Achso. Nachdem wir ja hier mittlerweile so ein paar Nachbarn ansiedeln können, unter anderem unseren lieben Herrn Docio-Händler und so weiter. Ob wir unserer Welt nicht auch mal einen Namen geben wollen. So ein bisschen Richtung RPG oder irgendwie so. Wie? Was? Ich weiß, wie du meinst. Was? Was? So ein Scheuf! Nee, Quatsch. Ähm... Oh, ich habe Kies. Alicia. Naja. Oder Richard. Ja, also prinzipiell, ja. Ja. Was man ja auch theoretisch auf eine Zuschauerumfrage so irgendwie raushauen kann. Wie hat da schon mal jemand einen Vorschlag gemacht? Nee, bei mir noch nicht. Bei mir auch nicht. War meine Idee. Wieso kommt da bei mir eigentlich niemand auf die Idee? Das war deine Idee. Das war gar nicht eine Zuschaueridee. So völlig... Völlig deine und so. Völlig meine und so. Also du alleine bist da draufgekommen. Ja, meine Idee, weil ich dachte, naja, wenn wir hier so, ähm, unsere Nachbarn haben, dass wir sagen, okay, das ist die Welt. Hm, 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 hm. Ich wollte hier Kakao-Ding singen. Irgendwann, wie sie nennen. Ja, okay. Und das ist halt so ein bisschen, weißt du, echter und so. Hä? Hä? Hä, was, hä? Hä? Sie fragt sich gerade, warum da kein Kakao dran geht. Kakao geht nur an Tropenbäumen. Ach, nur an Tropenbäumen. Das heißt aber, wenn wir Tropenholz hätten, würde es funktionieren, oder? Dann hole ich dir das mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das war doch hier in der Kiste, ne? Ja, sorry, Anno. Sorry, ich war verwirrt wegen dem Baum. Also, also, ein Name für die Welt fände ich auch cool. Dann, äh, pff. Aber wie wollen wir das ausklügeln? Entweder als Zuschauerumfrage oder wir denken uns jetzt jeder einen aus. und das darf dann entschieden werden. Ich weiß es nicht. Reicht es, wenn das zwei hoch ist eigentlich? Kannst du mal probieren, ob es ran ist. Ja, funktioniert. Sieht lustig aus. Wie so eine kleine Laterne. Ach, habt ihr jetzt nur so einen Tropenbaum-Matterfall mit, äh... Ja. Zwei hoch. Oh, aber der eine ist schon reifer geworden. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, brauchen wir nie wieder Kies. Wollen wir es drei hoch machen? Ja, sieht vielleicht... Mach mal. Ja, sieht irgendwie besser aus wie dieser Stumpf. Na, scheiße. Ähm, kann mir noch mal jemand irgendwie eine Schaufel vorbeibringen? Wo bist denn du? Weit weg. Also, ja, wo bist denn du? Ähm, ja. Oh Gott. Hä? Dachte, ich falle gerade. Ähm, in so einer Höhle. Ah. Das ist jetzt so präzise, aber... Reicht dir eine oder brauchst du mehr? Ich brauche mehr. Ich habe jetzt allein schon zwei verballert. Alles klar, alles klar. Ich mache mal ein paar. Weiß nicht, siehst du mich nicht irgendwie... Du hast doch so eine tolle Karte bei dir, oder nicht? Ja, aber noch sehe ich dich nicht, weil... Ähm, ich bin jetzt in diesem großen Berg, wenn du vom Haus aus guckst. Da müsste ich noch drin sein. In diesem großen... Ah, ja. Ach, da. Ich... Ich... Ah. Ähm... Über die Brücke, oder was? Genau, über die Brücke. Und dann bin ich in so eine... Warte mal, ich komme hier mal so halbwegs raus. Warte mal. Also, wenn ich... Das ist langweilig. Ich sehe dich auch. Du siehst mich auch. Alles gut, alles gut. Was ist langweilig? Warum ist langweilig? Was ihr da macht. Ich bin da und da und da und da. Und in der Höhle, die der Höhle ähnlich sieht, die die Höhle war. Entschuldigung. Ihr seid so langweilig. Alter. Wieso kann ich eigentlich manchmal nicht rennen? Weil du Hunger hast. Bist du den Wasserfall hochkriegst? Der Balken muss voll sein. Nee, ich bin in irgendeine andere Höhle unten reingegangen, und habe mich dann nach oben durchgegraben. Aber warte, ich kann dir mal ein bisschen Erde runterwerfen, dann kannst du dir so einen Drecksturm bauen. Ich habe selber Erde. Ich gebe es zu, ich wollte die Erde nur loswerden. Wo hatten wir denn mal diesen Zucker her? Och, guck mal, was die Penetra... Wenn das kein epischer Schluss ist, weiß ich auch nicht. Nein, ich bin doch gestorben. Ich drücke immer auf den falschen Knopf, wenn ich an Ränder gehe. Die Folge ist übrigens tatsächlich zu Ende. So leid mir das tun. Ja, aber ich will meine Sachen finden. Echt jetzt? Ja. Aber ich brauche doch jetzt meine Sachen. Vor lauter, ich muss Anno finden, ist es sogar schon ein bisschen länger. Weil ich gedacht habe, das ist jetzt blöd, wenn ich dann zu dir laufe und du das nicht hast. Das ist aber nett. Ja, siehste mal. Aber meine Sachen. Zu viel Nettigkeit in einer Folge bin ich ja gar nicht mehr gefühlt. Wo bist du denn gestorben? Wie weit? Hier irgendwo. Hier so direkt an unserer... Hier. Hier. Ah, da. Ach, da. Nein, und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Oh, ich habe es aber überlebt. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Hier ist übrigens auch Kies. Okay. Schön. Wie jetzt. Benedikt hat Kies gefunden beim Sterben. Schön. Ich habe noch mehr Kies gefunden. Ich bin in ein riesiges Loch gefallen. Kommst du wieder raus allein? Weiß ich nicht. Ich habe aber, glaube ich, viel Erde. Sollte gehen. Aber ich werde mich, glaube ich, hier umschauen. In der nächsten Folge. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir das doch beim nächsten Mal dann. Gut. Dann macht es mal wieder gut, ihr alle zusammen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.